Hallo zusammen, hier ist wieder Heuchelan und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute was cooles zeigen und zwar seht ihr hinter mir schon einen großen, großen hässlichen Mob. Und zwar ist das ein Vault-Boss, ja ihr seht das richtig. Und zwar kann man seit heute dem 5.9. Vault-Bosse in Battle for Azeroth töten und dementsprechend sein Loot einheimsen. Wir gehen jetzt hier mal Shadow Meld, weil mich schon wieder Viecher angreifen. Und hier haben wir den ersten, den sowohl die Horde als auch Allianz bekommen kann. Und das ist einmal der Kriegstreiber Yennatz oder irgendwie sowas. Yennayatz, ich kann es nicht aussprechen. Auf jeden Fall können den sowohl Hordler als auch Allianzler töten. Ich laufe jetzt hier mal bloß ein bisschen weg. Ich hatte den eben schon umgeboxt, habe leider keinen Loot gekriegt. Und ja, Baseline droppt er wie fast alle anderen World-Bosse hier. Hier drei 55er-Gear, also sprich, ja, sowas, was quasi in niedrigeren Mythic-Plus-Instanzen droppt, beziehungsweise was im Uldir-Normal quasi an Loot droppt. Es kann natürlich auch hier selbstverständlich alles hochrollen. Warum sage ich, den kann Horde und Allianz killen? Es ist eigentlich selbstverständlich, dass beide Fraktionen den töten können. Es gibt auch einen World-Boss, den nur eine Fraktion töten kann, der die Woche noch zusätzlich ab ist. Und zwar werde ich es euch gleich zeigen, aber als erstes gehen wir nochmal auf die Koordinaten hier ein. Der befindet sich hier oben im Sturmsangental und zwar auf den Koordinaten 83, 51 und ist dementsprechend genauso wie in Warlords of Draenor, beziehungsweise nicht Warlords of Draenor, wie in Legion, einer von den World-Bossen, die sich quasi abwechseln. Ihr seht, wir haben hier doch einen ganzen Haufen, die alle, wie gesagt, 3 55er-Gear droppen. Dann gibt es noch einen zweiten World-Boss und zwar ist der unabhängig von der Rotation von den anderen World-Bossen. Das ist nämlich einer, der 370er-Gear droppt, also sprich die Itemstufe, die im Uldir-HC-Raid droppt und das ist nämlich der in den Warfronten. Und hier habe ich schon mal einen Horden-Char dran stehen. Das ist nämlich dieses schicke Teil und im Moment hat die Allianz quasi das Arati-Hochland, also sprich da, wo die Warfront stattfindet, sprich die Allianz kann hier questen, die Hordler kann dann die Warfront spielen und dementsprechend, weil die Allianz hier questen kann, kann sie auch diesen World-Boss umboxen, der übrigens nicht sonderlich stark ist. Ich habe den vorher mit einer Gruppe ohne Heiler gemacht und es war zwar ein Hin- und Her-Shadow-Gear-Mailter, aber wir haben ihn irgendwie totgeserkt und der kann halt 370er-Gear droppen. Auch bei dem habe ich leider Pech gehabt und keinen Loot bekommen und naja, ein bisschen schade an der Stelle. Soweit ich jetzt weiß, können beide Fraktionen immer den normalen World-Boss machen, den 355er, was wir jetzt auch einen abhaben und eine Fraktion pro Woche immer quasi dem im Arati-Hochland und das wechselt immer hin und her, quasi welche Fraktion gerade das Gebiet hat. Das sind die beiden World-Bosse. Zusätzlich könnt ihr auch bei beiden Bonus-Rawlen. Die Bonus-Rawls habe ich mir auch schon geholt, würde aber sagen, bei ihm hier wird es sich lohnen mit 370er-Gear, bei dem anderen würde ich jetzt einen Bonus-Rawlen nicht unbedingt raushauen. Wenn ihr jetzt kein Spieler seid, der überhaupt nicht raidet, dann könnt ihr auch bei beiden World-Bossen, denke ich mal, sicher euren Bonus-Rawlen raushauen, weil ihr müsst bedenken, ihr habt immer nur zwei, es sind nicht mehr drei. Wenn ihr bei beiden Bonus-Rawls, wenn bei den Bossen Bonus-Rawlt, könnt ihr im Raid halt quasi keinen mehr benutzen. Wo ihr die Bonus-Rawls herbekommt, das habe ich in einem anderen Video gezeigt, sowohl für Horde als Allianz. Da könnt ihr gerne mal reingucken und ja, damit wären wir auch schon wieder am Ende von dem Video. Mich würde mal interessieren, ob ihr ein bisschen Lack habt, habt ihr schon was gekriegt von den World-Bossen, beziehungsweise falls ja, habt ihr irgendwas krass hochgerolltes bekommen, wie ich erwähnt habe. Ich bin komplett leer bis jetzt ausgegangen, aber vielleicht hattet ihr ja ein bisschen mehr Lack. Ja, damit sind wir am Ende vom Video. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Und ja, dann wünsche ich euch noch viel Loot-Glück und dann bis zum nächsten Mal. Euer Tela. Ciao!